Servus Leute, mein ist Juli und ja, willkommen zu einem neuen Video und heute mal wieder auf unserer Minecraft Village Welt. Und ja, ich glaube, das ist sogar die sechste Folge Minecraft Village. Ja, ähm, der liebe Lifefox ist auch mal wieder dabei. Heute würde ich mal sagen, erkunden wir ein bisschen die Gegend, oder, Lifefox? Hallo? Ja, ähm, und genau, hast du noch gar keine Rüstung? Nein. Oh. Also, ich war in den letzten fünf Runden nicht da. 10, 20, 30, 40, 50.000. Ja, gut. Äh, ich starte kurz den, äh, Timer, wie lange wir unterwegs sind. Ich meine diese Richtung. Ich hab dich mit deinem Ei abgeworfen. Hast du Schaden gekriegt? Oh, ich hab ein Dorf. Ist das das, was Quacks letzte Folge entdeckt hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung, was in der letzten Folge passiert ist. Wow, ich hab grad gemerkt, ich hab die Handcam noch nicht eingeblendet. Wow, hier bin ich. So, da bin ich. Und jetzt? Und jetzt kommt er an die Handcam hin. Und jetzt kommt er an die Handcam hin. Ah, das soll ich dir mal kurz verpissen. Oh. Hast du ihn angeschaut? Ja. Und er teleportiert sich nicht her. Warte, ich schlag ihn. Ja. Tod. Also, drop. Weiß ich grad nicht. Nö. Oh, dafür ist hier ganz viel Kupfer. Da unten ist noch Eisen. Ich baue Eisen ab. Ja, ja. Aber hier ist auch noch was. Vielleicht für die Höhle zu unserer Base. Das wäre lustig. Oh Gott, ich bin fast tot. Der hat einen Eisenspit und hat mir zwei Mal gehittet. Ich bin fast tot. Ja. Ein Zombie? Oh. Ah, Babyzombies hat auch ordentlich an. Warte. Wow. Sehe ich die Koordinaten? Nee. Ich hatte gerade den totalen Fight. Ich komme zu dir zurück. Äh, hast du meine Sachen dabei? Ja, ich habe die eingesammelt. Ah, ich sehe unseren Aussichtsturm, den ich neulich gebaut habe. Da war rein, grauer. Hm? Bro. What the fuck? Das ist eine Riesenhöhle. Bei unserem Turm. Komm mal, wer da auf meiner Schulter sitzt. Bist du. Über dir. Hä? Hallo. Da sitzt nichts auf deiner Schulter. Ach da. Schau mal, weil der hinten fliegt. Ja, ja. Glückwunsch. Sei froh, dass ich die auch noch nicht getötet habe. Dann würde ich sie aber töten. Hm? Dann würde ich aber versuchen, dich zu töten. Dann wirst du gebannt. Die Mille, egal. Äh, wo sind meine Sachen? Die habe ich. Leg ich dir hier hin. Genau. Wie liegt da alles? Oh, jetzt habe ich es wieder aufgesammelt. Ja, Leute. Das war es auch schon wieder mit Video. Ja, ich weiß, es war ein sehr kurzes Video. Aber das Ding ist, ähm, der Server backt mega rum. Und, äh, ja. Wir wissen halt auch jetzt, oder ich weiß nicht mehr, was wir jetzt noch machen sollen. Wir waren jetzt auf einer großen Tour. Äh, zwölf Minuten. Ich kann mal kurz resetten. Ja, scheiße. Ähm, und, ja. Wir sehen uns aber im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch. Ein kostenloses Abo, wenn noch nicht geschehen, da lassen. Und giant auch gerne in meinem Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Ja, macht's gut. Euer Wuli. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.